So, da sind wir schon direkt bei der zweiten Aufgabe. Wie gesagt, bei der ersten Aufgabe mit den Zone Wars Matches, einfach erste Runde spielen, rausgehen, schon habt ihr 1 zu 5. Das kann ich euch jetzt definitiv schon sagen. Jetzt geht es halt darum, erzielt die Eliminierung. Zone Wars, denke ich mal, wird klar sein, was damit gemeint ist. Wir gehen aber trotzdem direkt mal rein. Ich hoffe halt einfach, dass wir auch direkt noch einen Kill machen, so wie eben schon. Aber wir müssen ja eh 5 Runden spielen, von daher ist es kein Problem. Ich erkläre euch heute wirklich einzeln, was ihr wirklich machen müsst. Und vorher halt in eigener Sache. Ihr seht unten diesen Passive Code, da sind Ausrufezeichen. Alle 10 Abonnenten werde ich da halt in Ausrufezeichen wegmachen und dafür die richtige Zahl hinzufügen. Bedeutet, bei 330 Abonnenten kommt hinter die 9 schon die nächste Zahl. Wenn du also jetzt abonnieren würdest, würde mir das helfen, allen anderen auch. Und du kriegst natürlich immer die Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video habe und so kannst du auch gucken, ist der Passive Code weiter, kann ich eventuell den Code knacken. Wenn du wissen willst, wie das Ganze genau funktioniert, guck einfach in der Videobeschreibung, da habe ich ein extra Video zugemacht, wo ich einmal komplett erkläre, wie das funktioniert mit dem Einlösen, Raten etc. Also wie gesagt, abonnieren lohnt sich, Glocke lohnt sich. In FIFA Streams kommen natürlich auch noch Abonnenten dazu, also ruhig mal gerne im Stream vorbeischauen, würde mich halt echt freuen. Und da würde ich sagen, gehen wir mal hier rein in die Runde. Aber wenn da natürlich unterstützt wird, ist das natürlich schon krass, wenn du es schaffst, dass deine Map benutzt wird. Weil ich will nicht wissen, wie viel dann wirklich den Creator wirklich und also den unterstützen. Ah, dieser Flasche. Oh, jetzt wird den geschafft. So, wir gehen direkt rein in die Runde. Ladezeit wie immer. So, jetzt kommen hier die ganzen Waffen. So, jetzt können wir ein bisschen abwarten. Ja, hier muss man halt echt ein bisschen vorsichtig spielen. Oh Gott, ey, hier habe ich auch wieder nur Pro-Style. Ah, Zone kommt. Schmeckt mir gar nicht. Nein. So, dann. Ich glaube, jetzt kann man runter. Boah, ey, dafür bin ich ja überhaupt nicht geboren für sowas. Aber nur so wird man natürlich besser, weil so kann man natürlich sein Endgame einfach komplett trainieren. Also, da werden die 10 Kills für mich echt nicht einfach. Aber wie gesagt, ihr habt ja jetzt gesehen, oder beziehungsweise auch nicht gesehen. Ihr müsst halt einfach in der Runde, beziehungsweise insgesamt, 10 Kills machen. So, dann gucken wir, wie lange das hier noch geht, wie viel Leben noch. Äh, 5 müssten noch leben. Oh Gott, nein, er wurde weggesniped. Pfff. Cool, muss ich mal gerade zu ändern. Nein, er stirbt an Falsschaden. Für Kills haben... Ach doch, ich habe einen Kill gemacht. Hab ich den gemacht. Ne, ich wurde getötet. Er stirbt auch an Falsschaden. Was machen die denn alle, ey? Wir sind mal bei 7, dürften eigentlich jetzt nur 3 leben. Ah, hier steht nie, wie viele noch leben, ne? Ist eigentlich auch blöd gemacht. Wie ist der eigentlich da steht. Gucken wir, wie er es zu Ende macht. Ah, schmeckt. Nicht schlecht gemacht. Aber, ihr habt gesehen, einfach 5 Kills machen. Der hier, äh, 10 Kills machen. Also, hier der zweite, der Bilyarx, hätte eigentlich schon die Hälfte geschafft. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich direkt in die nächste Aufgabe rein. Und euch natürlich viel Spaß beim Ausprobieren. Und viel Spaß bei Sohn.